Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Tatsächlich, bei mir auf dem Kanal, ich bin kein Zombie-YouTuber, war ich noch nie. Ich habe durchaus die letzten Jahre immer schon ein bisschen Zombie mal zwischendurch gespielt, weil man sagen muss, Call of Duty Zombie ist gar nicht so schlecht. Aber kein Zombie-Experte, trotzdem kriegt ihr den kompletten Einsteiger-Guide für Black Ops 6 Zombies, denn Treyarch hat wieder einen riesigen Blog-Post veröffentlicht mit unzähligen Infos zum Release von Black Ops 6 Zombies, was sie mit dem HOD machen, was Kritikpunkt war, was mit der Terminus und Liberty Map passiert, was mit den Gabelgums passiert und, und, und. Und das sind richtig viele Infos. Das heißt, aktuell, wer ein bisschen Bock hat auf das neue Call of Duty, es gibt genau zwei Seiten, die man sich vielleicht benchmarken sollte oder oben speichern sollte. Das ist einmal die Twitter-Seite von Treyarch und Cheppys YouTube-Kanal, auf dem ihr gerne ein Abo dalassen könnt, denn die nächsten Wochen wird es wieder sehr viel Content für Call of Duty geben, denn ich bin und war schon immer ein Call of Duty-Content-Creator, während ich aktiv sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Tarkov spiele, ist es halt so, dass zu einem neuen Call of Duty ich natürlich meinen Fokus auf Call of Duty habe. Ihr fast 20.000 habt abonniert, weil euch das gefällt. Und da muss ich eins zu sagen, bevor ich damit anfange, ich werde geroastet von meinem Discord und ich werde euch das zeigen. Das sind ganz, ganz, ganz ab. Ich wollte gestern das neue Game spielen, Delta Ops, und habe ein bisschen verpennt, weil meine Arbeitswoche sehr, 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 sehr anstrengend war. Und jetzt guckt euch mal an, wie witzig die das finden, dass ich einfach halt mal verpenn, was sehr selten ist. Okay, also, man muss es ganz ehrlich sagen, um 18 Uhr habe ich noch gesagt, wir sind live nachher. Dann habe ich mich für eine Stunde hingelegt und nachdem der Discord bei mir das super witzig fand, bin ich um 22.20 Uhr wieder wach geworden. Also ein bisschen spät vielleicht. Und ja, ihr seht es, die besten Jungs und Mädels von mir fanden das sehr, sehr geil. Und ich habe dann gesagt, heute um 12, ey Leute, ich bin ready für heute, Wochenende durchstreamen, wir spielen Delta Ops, wir reden über COD, wir gucken eine Folge 7 vs. White, ihr seid eingeladen heute auf Twitch. Das finden die Jungs und Mädels sehr, sehr witzig. Ihr könnt mich alle mal, ich bin auch nur ein Mensch, und es ist sehr, sehr selten, dass ich mal verschlafe. Das passiert allerhöchstens alle zwei Tage, allerhöchstens. Ihr dürft im Discord auch joinen, wenn ihr es auch witzig findet, mich da auszulachen, wie die anderen dann... macht es. Hier ist der gesamte Blogpost mit all den Infos, die wir über Zombies in Black Ops 6 haben. Und bevor ich auf das Ganze eingehe, ein Kritikpunkt von mir, den ich nicht ganz verstehe. Vielleicht führt ihr das mit. Letztes Jahr war das sehr cool gelöst. Wir konnten, ich glaube, eine halbe Woche oder eine Woche vor Release von Multiplayer und Zombie den Story-Modus, also die Kampagne spielen. Und das war großartig. Alle hatten irgendwie in Ruhe Zeit, die Kampagne durchzuspielen. Der eine schneller, der andere langsamer. Und das ist nicht mit den anderen Modi gegeneinander angetreten, sozusagen. Aber dieses Jahr kommt alles gleichzeitig auf demselben Tag. Also Zombie, Multiplayer, Story. Das heißt, man muss sich so ein bisschen entscheiden, was man zuerst machen möchte. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber ich hätte mir persönlich gewünscht, dass wir wieder an dem Punkt sind, wo man eben von mir aus zwei Wochen vor Release von Multiplayer-Kampagne, eine Woche später Zombie und dann Multiplayer. Das würde auch dafür sorgen, dass das sich so schon aufteilt, dass man halt schon ein bisschen länger zu tun hat. Und es wird sich einfach frischer anfühlen, weil man so Stück für Stück große Content-Sachen bekommt. Und ist dieses Jahr nicht. Das heißt, jeder, der irgendwas davon spielen möchte, muss sich dann halt jetzt vorab schon entscheiden. Was sie hier gesagt haben. Der Black Ops-Tack Zombie Launch Guide ist live. Den könnt ihr euch da angucken. Der wird natürlich für euch verlinkt. Und ich gebe euch den ein bisschen mit. Bitte habt ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich bin kein absoluter Zombie-Fachmann. Ich werde es euch aber präsentieren und ein bisschen meine Meinung einfließen lassen. Und das verdient, finde ich, schon einen Daumen nach oben für die Arbeit. Also, es gab ja viel Kritik an dem Showcase bei COD Next über die Terminus-Map. Da haben sie gesagt, das Ganze wird nochmal überarbeitet. Das Gleiche war bei Liberty Falls. Da gibt es sogar noch große Updates zum Release jetzt. Beim HOD wurde sich auch beschwert. Da haben sie ja gesagt, das HOD, also das Heads-Up-Display, das ist also, einmal hier zurück, hier, das hier, was ihr hier seht, das Heads-Up-Display, da war viel Kritik dabei, weil viele gesagt haben, das sieht zu sehr wie Multiplayer aus. Ja, ja, ich meine, da kann man jetzt ja auch nicht zaubern. Ich weiß, dass sie in vergangenen CODs schon deutlich besser aussahen. Es ist aber am Ende so, dass sie ja auch gesagt haben, dass während des Releases und später wir Multiplayer und Zombies die Möglichkeit bekommen, das HUD, also das HOD, auch zu ändern. Also, ihr könnt eure Perks, die ihr bisher habt, nach oben setzen oder zur Seite oder verschwinden lassen. Eure HP-Anzeige kann woanders hin. Diese Anzeigen können woanders hin. Das heißt, sie geben ja allen Zombiespielern durchaus schon ein bisschen individuelle Möglichkeiten. Denn dazu haben sie geschrieben, weil das eines der größten Kritikpunkte war, was mich persönlich überrascht hat, weil ich dachte, es wäre eine Kleinigkeit für die Zombie-Gemeinde. Es wird Player-Charakter-Porträts geben. Es wird Farbanpassungen am HUD geben. Die Perk-Icons werden näher beieinander sein. Die waren wohl deutlich weiter auseinander vorher, was einfach zu viel Bildschirm eingenommen hat. Es wird neue In-Game-Gubble-Gum-Rewards geben, eine neue Animation dazu. Spezifische Gadgets und Widgets für In-Game-Action, also Zombie-related vor allen Dingen. Und es wird, das ist eines der coolsten Sachen, glaube ich, für euch alle, einen Slider geben. Damit könnt ihr dann den Score-Feed, die Medaillen, die Notifications, die Minimap und alles Mögliche fein justieren, so dass euch das HUD wirklich so gefällt, wie ihr das haben wollt. Das ist etwas, was wir Multiplayer so noch nie bekommen haben, liebe Zombie-Gemeinde. Ihr kriegt da schon einiges. Und dann gibt es halt, und das ist auch das Problem, die Meinungen gehen sehr auseinander. Hier hat einer geschrieben, er möchte eigentlich ein HUD haben, was so aussieht, wo dann, wenn man hier so runterguckt, viele sagen, ey, das sieht langweilig aus, das ist viel zu wenig, das ist einfach kopiert. Ich glaube, egal wie man es macht, die Zombie-Community in Call of Duty, habe ich mittlerweile festgestellt, ist so passioniert, dass egal, welche Entscheidung du triffst, irgendeinem trittst du auf den Schlips. Man kann es nicht allen recht machen. Wenn das hier aber so in der Art kommt und dann noch individuell einstellbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das für mich eigentlich sehr, sehr gut aus. Wenn euch nur ein spezifisches Thema interessiert, ich werde nicht alle einzeln durchgehen, das Video würde 80 Minuten gehen. Sie haben sogar direkte Verlinkungen zu allen einzelnen Teilen. Also Round-Based-Zombies mit der Währung, mit den Quests, mit dem Exfilz, mit den Display-Optionen. Das Ganze, was da mit drin ist, also welche Waffe macht welchen Schaden, welche Waffe ist wie selten und, und, und. Dann das Ganze mit den Gegnern, welche Gegner es gibt, welche Waffen es gibt. Sehr detailliert, sehr genau. Jeder, der Zombie-Freak ist, wird da unbedingt reingucken wollen. Und wie gesagt, unten ist der Link, ihr könnt direkt draufklicken dafür. Ihr müsst denen bei Twitter auch nicht folgen, müsst ihr bei mir auch nicht, könnt ihr. Twitter ist für mich so ein Fun-Ding mal gewesen, um Infos zu kriegen. Mittlerweile ist Twitter nur noch Krebs. Hier nochmal explizit in diesem Blogpost Liberty Falls Updates. Und hier haben sie gesagt, seit dem Early-Gameplay-Footage, was ihr alle auf der COD Next gesehen habt, bei den Streamern im August, hat das Zombie-Team sehr, sehr hart nochmal dran gearbeitet, damit sie vor allem den Sound der Karte nochmal ein bisschen gruseliger hinbekommen, damit sie auch manche Wege nochmal besser hinbekommen. Und sie sagen, Spieler können eine deutlich verbesserte und dem Feedback basierend geänderte Map erwarten, was für mich eine klare Ansage ist. Und ich finde, wenn jemand solche Ansagen macht, muss man ihn an diesen Ansagen messen später. Das werdet ihr in zwei Wochen tun können. Der Environmental Audio Sound, das heißt der Umgebungssound, ist ebenfalls nochmal verbessert worden. So, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man in einem Breach ist und mitten in einem Chaos und nicht, dass es ein gesettetes, ja, ich sag mal, Left 4 Dead 2 ist. Weil Left 4 Dead 2, auch Zombie-Game, war persönlich so viel schlechter als Left 4 Dead 1 und fühlte sich einfach sehr... Es fühlte sich nicht an, als wenn man in einer Apokalypse ist. Und hier sieht man dann eben nochmal, wie es denn so aktuell aussehen könnte, je nachdem natürlich, wie man die Slider hat und auch daran wird noch weitergearbeitet. Ich finde aber ehrlich, das sieht schon sehr clean aus. Ich könnte mich mit dem HOD als Spieler absolut wohlfühlen. Hier gehen sie dann eben nochmal durch die Gefängnis- und Guardstationen, haben auch nochmal ein paar Images von... Also, In-Game aufgenommen, sieht nicht wie Cinematic aus. Ich glaube, ihr kriegt, was Content angeht, schon einiges. Und nachdem sie mit MV3 ja probiert haben, mit der großen Warson-Map einen anderen Weg zu gehen und davor Zombies sehr enttäuschend waren, glaube ich, dass ihr dieses Jahr alle nicht enttäuscht werdet. Und Treyarch ist für mich immer schon... Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Black Ops Cold War Zombies super gerne gespielt. Fand ich sehr, sehr geil, als Nicht-Zombie-Fan eigentlich. Ihr habt das Gefühl, dass Treyarch und das Treyarch-Zombie-Team immer schon sehr passioniert daran ist, den Leuten da richtig was zu bieten. Vielleicht einer der Gründe, warum viele von uns Treyarch einfach als bestes Entwicklerstudio in dieser Franchise sehen. Dann haben wir hier nochmal die ganzen Seehöhlen und die Minentunnel. Sehr viele Image dazu, die könnt ihr euch alle in Ruhe angucken. Die muss ihr euch jetzt natürlich nicht alle einzeln zeigen und erklären. Die könnt ihr selber schauen. Aber wenn man sich das anguckt, all die Orte wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ihr habt die Möglichkeit Augments zu euren Perks, zu euren Ammo-Sachen, zu euren Field-Upgrades hinzuzufügen, um die Performance ein bisschen zu modifizieren. Und die Möglichkeiten werden euch hier erklärt. Ihr habt 108 insgesamt, die ihr freischalten und ausrüsten könnt ab dem Game-Launch. Das heißt, es klingt für mich sehr, als wenn sie planen, dass da noch mehr kommt. Und bei den Perker-Coolers sind das 8 und jedes mit 6 Augments. Bei den Ammo-Mods sind das 5 mit jeweils 6 Augments. Und bei den Field-Upgrades sind es auch wieder 5, auch wieder mit 6 Augments. Und wenn ihr das zusammenrechnet, ergibt das am Ende 108. Hier könnt ihr das Ganze researchen. Und hier ist es dann, der Energy Mine will split into 5 Mines, that scatter and detonate one time each. Das heißt, all diese individuellen Perks, Field-Ausrüstung, was in Cold War Zombies fand ich schon sehr cool war, habt ihr hier die Möglichkeit aufzuwerten über eure Field-Upgrades in einer, so wie es hier im Bild aussieht, sehr einfachen Übersicht. Ich glaube, das macht das Gameplay-Erlebnis sehr, sehr cool, weil, wenn man all diese Möglichkeiten nicht hat, habe ich festgestellt, fühlt sich Zombie nach etlichen Runden einfach sehr langweilig an. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit bekommt, dass ihr da sehr individuell eure Klassen ausrüstet, je nachdem, was ihr haben wollt, dann glaube ich, dass das sehr viel Spaß machen kann. Und hier erklären sie dann nochmal, dass eben die gesamte Tiefe der ganzen Augments und das ganze Einzelneinstellen dafür sorgt, dass ihr irgendwann mit der Gameplay-Erfahrung in Zombies auch die Möglichkeiten auslotet, welche Kombinationen einfach wie stark für euch sind und haben hier dann nochmal den extra Bekennungswert auf, abhängig davon, ob ihr alleine spielt, wir können ja pausieren dieses Mal, was ja bisher so nicht ging, oder ob ihr mit anderem zusammenspielt, was ich persönlich sehr cool finde, weil ich glaube, Zombie ist so ein geiler Modus, den man für sich mal zum einfach Zombie-Metzeln machen kann, gerade für die von euch, die unbedingt die Tarnung erspielen wollen, genauso aber im Team, was mir persönlich immer schon Spaß gemacht hat, weil es ist so ein entspannteres Gaming, das ist nicht dieses SBMM-Multiplayer-Geballer und immer auf Zinne und 100%, sondern Zombies plaschen, mit den Jungs und Mädels ein bisschen quatschen, Spaß haben, als Streamer ist das sehr cooler Content, weil ich kann ein bisschen vor mich her ballern, ich brauche mich null konzentrieren und kann mit dem Chat sprechen. Also ich persönlich, ich bin kein Zombie-Fan, es hat aber Spaß gemacht, sagen wir es so. Hier seht ihr dann nochmal, welchen Zugang ihr zu den ganzen Perk-Maschinen habt, das ist Juggernaut, kennt ihr, Quick-Revive, Speed-Cola, Stummin' Up, PHD-Flopper, das ist immun gegen alle selbst implizierten Status-Effekte und Schäden. Also wenn ihr dann irgendwie von Spring zum Ducken geht, dann gibt es eine Explosion und umso weiter oder höher ihr fallt, umso größer wird die. Ihr seid immun gegen Fallschaden, während ihr dann zum Beispiel von dem Berg divet, das habe ich in Cold War oft gemacht, von so einem kleinen Hügel am Anfang der Karte habe ich Zombies gesplaschen und bin öfter runtergesprungen. Dann gibt es den Elemental-Pop und den Mili Macchiato. Replace your weapon gun, but with a deadly punch that sends enemies flying. Also vieles davon kennt ihr, ich glaube ein, zwei Sachen sind neu, wenn ich das hier so sehe. Deadshot Daikiri kennt ihr alle, fand ich zum Beispiel sehr cool. Und da ist dann auch eine komplette Liste, alle Augments für jedes einzelne Perk-Ecola, was bei Launch verfügbar ist. Könnt ihr hier durchgucken, ich gehe jetzt nicht einzeln durch, das ist zu viel im Detail. Aber vom gesamten Content, den die hier schon aufschlüsseln, was ihr bekommt, was ihr nutzen könnt, wie ihr eure Zombie-Runden für euch selber zusammenstellen könnt, ist das wirklich, finde ich, so klingt es zumindest, sehr, sehr viel und sehr, sehr geil. Die Ammo-Mods, die gab es ja mit dem Pekke-Punch, bin ich der Meinung, so mehr oder weniger schon in Cold War, wo man dann halt seine Waffe verbessert hat und dann auch die Munition manchmal anders aussah. Hier sind Brain Rod, Cryo-Freeze, Deadwire, Napalm Burst und Shadow Rift. Bei den meisten Sachen kann man sich fast denken, was die tun. Es steht auch hier nochmal, hier habt ihr toxischen Schaden durch die Brain Rod-Sachen, hier habt ihr Frost Damage durch die Cryo-Freeze-Munition, durch den Napalm Burst habt ihr halt Feuer Damage, ist klar. Ihr habt dann auch eine Chance mit jeder Kugel normal und Spezialfeinde, also Endbosse und sowas und Hunde und sonst was irgendwie anzubrennen. Ihr habt, was Möglichkeiten angeht, wirklich unbegrenzt viele und die hören einfach gar nicht auf. Wir sind hier irgendwie wahnsinnig weit jetzt schon, aber die Hälfte davon haben wir übersprungen, weil das Sachen sind, die man sich in Ruhe einzeln durchliest, wenn man so wie ihr wahrscheinlich ziemlich geil drauf ist. Das sind eure Field-Upgrades, Dark Flare, Healing Aura, also, kenne ich aus Cold War jetzt noch, Energy Mine, Friend Seat Guard und Aether Shroud. Ich habe immer die Healing Aura gespielt, weil alle Jungs gesagt haben, damit kann ich am wenigsten falsch machen oder am meisten helfen. Da könnt ihr auch wieder aussuchen. Ich weiß nicht, ob sie es begrenzen, dass man in einem Zombie-Squad, dass jeder was anderes spielen muss, ob man zwei Healer spielen kann, das stand hier jetzt nicht. Ihr seht aber auch, all diese Sachen sind ab einem gewissen Player-Level S freigeschaltet. Dadurch, dass ihr aber alle eh bis Level 55 einmal so und so spielen müsst, Multiplayer-Zombie und das ja auch noch Cross-Levelt, also wenn ihr ein Zombie spielt, levelt euer Charakter Multiplayer und andersrum, sollte das eigentlich kein Problem sein, da relativ zügig hinzukommen. Und die anderen Sachen seht ihr ab Level 20, Dark Flare, das geht schon relativ zügig. Hier habt ihr euren Zombie-Loadout, das ist nochmal geupdatet worden. Euer Fade-Upgrade, eure Granaten, eure Melee-Waffe, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Baseball-Schläger, eure Pistole und eure Gobble-Gum-Packs, die ihr eben vor der Runde für das Match dann auswählen könnt. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, dass sie eigentlich sich das nicht so wünschen, dass sie es eigentlich anders haben wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses System sinnvoll. Es ist auch sinnvoll, weil man damit schon sehr aktiv am Anfang der Runde entscheiden kann, welche Waffen man vielleicht für seine Zombie-Tarnung, wenn man auf die Zombie-Tarnung geht, wie auch immer sie aussehen wird, ich hoffe, gut drauf geht. Ich glaube, dass sie da schon sehr viel richtig machen von dem, was wir hier haben. Und hier gibt es dann nochmal zwei Hinweise. Die Primär-Waffe und Sekundär-Waffen, die ihr auswählen könnt, sind mit dem Waffen-Detail-Block bereits verfügbar. Könnt ihr auch draufklicken, wenn ihr haben wollt. Und die Mastery-Badges, alle Waffen oder fast alle Waffen-Equipment im Zombie-Loadout haben ihre eigenen Herausforderungen und Challenges und Medaillen-Challenges. Das heißt, ihr kriegt auch da Medaillen, was ja mit Patriarch immer geil ist. Und dafür kriegt ihr auch noch extra XP. Das heißt, egal welchen Modus ihr spielt, indem ihr verschiedenste Waffen spielt, verschiedenste Loadouts, sammelt ihr XP wie wahnsinnig. Und das finde ich persönlich cool, weil es wird Mastery oder Prestigemaster geben, die nicht eine Runde Multiplayer am Ende spielen und komplett Prestigemaster durch Zombies sein werden. Und es wird Leute geben wie mich, die wahrscheinlich fast komplett Prestigemaster nur durch Multiplayer werden. Jeder kann so spielen, wie er das will, den Modus, den er will und wird nängst so blockiert. Finde ich persönlich sehr geil. Ihr habt tatsächlich auch sowas wie Streaks, sag ich mal, in Zombies. Also das ist zum Beispiel eine Hailstorm-Rakete, eine RC-XD-Card, also das kleine ferngeschalte Auto, was ihr aussuchen und zerstören könnt. Armour-Plates ist auch als Ground-Loot verfügbar, den LOBR. Das ist ein Launch-Missile-Bombardment in a targeted area for duration. Das heißt, Bombenhagel auf eine kleine Fläche, die Hailstorm-Rakete, die ihr selbstständig dann auch kontrollieren könnt, ganz normal. Ihr habt eine Sentry-Gun, ihr habt einen Mengler-Cannon, ihr habt einen Chopper-Gunner, eine Mutant-Injection. Und das heißt, die Möglichkeiten, die außerhalb des normalen Gameplays euch zur Verfügung gestellt werden, die natürlich dann auch was kosten, aber könnt ihr eben in-game dann anlocken und pro Runde nutzen, sind sehr, sehr groß. Und wenn ich mir das alles angucke, und jetzt auch die Seltenheit der Gabelgums, das sieht für mich aus, als wenn wirklich sehr viel Zeit und wirklich Entwicklungszeit in den Zombie-Modus reingegangen ist. Und man kann dann ehrlich gesagt nur hoffen, dass für euch alle auch ausreichend dabei ist, dass ihr euch alle wohlfühlt. Wenn ihr weiter runter scrollt, ich bin jetzt nochmal kurz weiter runtergegangen, da sind jetzt noch Erklärungen zu den Blogposts, die jetzt noch kommen werden, da könnt ihr mal reingucken, noch einzelne Erklärungen zu den Gabelgums. Das heißt, wer jetzt noch ein paar Infos haben möchte, die ihm dafür noch fehlen, die ihnen noch nicht ausreichend waren, der kann da gerne mal reingucken. Es sieht für mich wie ein geiler Launch für Zombie-Fans aus und ich gönne das jedem Zombie-Fan von Herzen, dass der sich da wochenlang wirklich die Seele aus dem Leib spielen kann. Mein Tipp für euch, genießt es, solange ihr es könnt. Ich weiß nicht, welches Studio nächstes Jahr dran ist. Es gibt Gerüchte, dass es eine Art Sequel zu Black Ops 2 wird. Vielleicht wird es noch ein Modern Warfare Game, dann werde ich weinen. Dann wird es hart. Aber genießen wir, was wir jetzt haben. Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufs Laufende bringen. Euch ein bisschen was Appetitliches in den Mund legen, dass ihr eure Vorfreude weiterhin auskosten könnt und wünsche euch allen und uns allen einen guten Release und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!